was geht ab denn aus heute wieder zurück bei warframe und wir kümmern uns um den nächsten punkt in der night wave ich zeige euch das heute und zwar tiefer schlaf wo findet ihr tiefer schlaf oder wie könnte diese option schnell abarbeiten ist überhaupt kein problem er geht hier oben auf den reitern einfach ein stück nach rechts noch einmal glaube ich und hier habt ihr also auf dem ersten reiten mit rufzeichen habt ihr die albtraummissionen hier braucht ihr nur drei hintereinander abschließen ihr habt wirklich genügend zur auswahl ihr müsst ihr nicht auf die eigenen planeten suchen schließt einfach die ab die euch liegen und ihr seid auch schon durch mit dem ganzen ich werde das jetzt machen ich lasse euch nebenbei noch zuschauen viel spaß dabei wir sehen uns im nächsten video so Was ist das? Stay focused. There's a heavy unit approaching. There's a heavy unit coming in. Mission complete. The captive has been escorted to the extraction point. Well done. There's a heavy unit coming in. You are here to find our target and bring them to the extraction point. Happy hunting. Target located. Bring them in. The capture target has vital information that we will need to extract. We need our subject brought back alive. Excellent work. We'll interrogate the captive back at base. Your part is done here, Tenno. Let's go. 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 Das war's. 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 Das war's.